Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 als Blutadler und jetzt geht's los. Also ich gehe... Ja, war richtig. Aber ich werde erst reinporten, wenn das Event da ist. Ja, ist klar. Der Ostern sind frei, sich da nicht zu stellen. Hallo! Ich bleib jetzt hier. Ne, ich guck mir das noch nicht mal mehr von außen an. Ich hab Angst. Ich kauere mich jetzt mit meinem Baseballschläger hier zum Munitionsautomaten und kuscheln mit dem. Oh man. Das wird jetzt heftig gestern. Angst. Und eins muss ich nur ansagen, ich hab mir jetzt von Billy... 1000 Stimpacks, 1000. Ja, 1000. Ja, ja, so viel kann ich auch rumschleppen. Werde, wo sind sie denn? Ich hab noch nie mal bei den Stimpacks. Wo sind sie? Ach da. Ja, äh, 100 Stück, äh, geben lassen müssen, die ich ihnen nicht wieder erstatten soll. Ne, ich hab zu viele. Das heißt, ich hoffe, dass sie ausreichen. Na ja. Ich hab noch ein paar bei. Ja, Perkuk, äh, wir sind alle am Zittern. Ach. Geh ich auch noch mal kurz durch, äh, mal sehen, ob's hilft oder ob's jetzt gleich... Ja, ich hab noch mal verschillen, während wir unten dann die Totenköppe ständig blinken. Also, bei der schlimmste Spawnzeit in dem Event war dann nachher schon 50 Sekunden. Wollen wir die Typen eine Nacht vor der Gewalt machen? Ja, hätte ich ja auch die Weile machen können. Läuft nur so gleich aus. Ne, ne, wir warten auf die Nuke und wir gehen dann zum Kolossus. Ja, klar, voll Eiland. Yay. Ja, da ist ein Turm. Eine Minute noch. Also, wer, wer seine Abschiedsgebete jetzt noch reden möchte, ne? Irgendetwas. Ja, kein Mikro. Ja. Okay, wieder. Aber das Lustige ist, dass er mir das über meinen Kopf auch anzeigt. Also, ich mach lieber das Essen. Das letzte Abendmahl. Ich mach lieber den hier. Ja, Brot, das letzte Abendmahl. Ich werde nur noch abessen. Ja, hab ein Essen. Wär auch nicht so schlecht. Die anderen Sachen kann ich mir, hab ich mir ja schon auf Schnelltaste gelegt. Schnellfutter, viel Futter, noch mehr Futter. Ne, Nahkampfwackelpuppe, irgendwelche Heftchen mit Nahkampfschaden. Du hast ja keine Porno-Heftchen eigentlich aufs Match. Ja, doch. Porno-Heftchen, dann kriegst du noch mehr Nahkampfschaden. Dann kriegst du einen Stirnacken. Wer sitzt da nachher in diesem Ganggrille? Wissen, wo ich ihn da sieht? Wissen, wo ich ihn da sieht? Ich bin das Heftchen. So in etwa. Was denn? Okay, gut. Dann wollen wir. So klar. Jetzt mach mal vor, ich verpläne nach. So nach 10 Minuten war. Hey, ich will porten. Lass mich porten. Auf das Event. Jetzt. So klar. Das ist die Idee. Das ist die Idee ever, ja. Das ist die Idee. Wenn wir ja gleich sehen, wie gut die E-Perkung hier. Komm mal raus hier. Meinen ist für den Arsch, bis jetzt schon. Oh, ein Schlag, das ist gut. Na denn? Billy, du machst das wieder kaputt, ne? Ja, ja, ja. Ich häng dir in der Wand fest. Willst du mich komplett verarschen? Und? Ja, ich krieg's nochmal right away, yay. Und? Machst du einen Schaden? Ne, du musst dich schon ein bisschen schleichen. Oh, ey. Einfach nur vor den Weg stellen und hallo. Hallo? Ja, toll. Warum hat denn der Red Arrays? Oh, ich krieg hier ne Schlucki-Trage oder wie? Ja, wahrscheinlich. Wer braucht denn jemand noch Red Arrays? Nee, wenn ich jetzt noch Red Arrays aufnehme, dann bin ich sofort wieder überladen. Oh, da bin ich auch noch. Viel zu viel. Ich kann momentan nichts mehr mit aufnehmen. Hallo? Hallo? Ja? Brauchst du noch Red Arrays? Äh, nee. Fragezeichen? Also ich hab jetzt 24, ich hoffe die reichen. 24? 24? Ja. Dann hab ich jetzt ja noch mehr. Okay. Ich glaub 227. Hätt ich aber vorher mal gucken sollen, wie viel Stimix-Signal? Ach, reicht. Äh, soll ich mir noch welche hinspeisen? Oder? Aber ich brauchste definitiv nicht. Nee, wenn meine alle sind, bin ich halt tot. So, ganz einfach. Ich schick gleich Aline da, was? Na ja. Na ja. Na gut. Vielleicht liegen mir gleich noch verschreckt ein paar Rad-Kackernacken da hinten. Das große Zittern. Die letzten drei Minuten. Ich kann dir vorher noch ganz viel Addictur geben. Ja, damit ich mich vor meinem Junkie erheben kann. Schön, dann mach ich gar keinen Schaden mehr. Ja. Ja, willkommen in meiner Welt, ne? Oh Gott. Ich hoffe, wir können so einen Blödsinn nach dem Update nochmal machen. So? Ne? Ich glaub, das wird dann noch nicht mal mehr mit Westic oder so klappen. Aber konntest du ja doch mal probieren, was? Ja, probieren auf jeden Fall. Kotziges Wasser Behalten. So, dann... Pfeife ich mir schon mal die Nahkampf-Wackelpuppe rein. Das Leben und Lieben und Grocknack dem Barbar. Ey, das ist doch zwei Minuten Zeit. Ja, egal. Läuft doch halbe Stunde oder nicht, ne? Ja, ich hab's genau. Irgendwie so? Ja, ich benutze sie auch immer zu selten. Formel-P-Abhängigkeit, Grocknack, ja, halbe Stunde, Nahkampf eine Stunde, verwandte Seele. Ach, Grocknack beißt sich mit... Ne, Erkundungs... Ne, hä? Doch, Grocknack beißt sich mit dem anderen Heft. Egal. Ein Heft umsonst geschmissen. Ne, gut. Nahkampfschaden ist sowieso besser. So, na dann. 15 und, äh... Plus 20... Dann hab ich nochmal plus 20... Äh, äh... Na... Hebt dir deine API auf. Mein Rhythm-Stick geht noch zwei Minuten. Oh, ich sollte nochmal nachfordern. So, besser ist es. Beim Rausrennen, aber nicht verheißen, wie Spano. Schön ist es auf der Welt gewesen zu sein! Sagt… required курts sten cannabis. Sache, Bulltotel. Was? So, den Junkie Bulltotel. Verklopfen wir jetzt den Roboter hier? Nein. Können wir ja auch nicht machen. Nix verklopping. Verklopping Kolossus. Naja, also. Ich lass mich mal vorlaufen. Wird jetzt schon verstrahlt, Alter. Ahne, was du gemacht hast. So, ich pump mir jetzt erstmal ne Droge ein, ja. Ne XL hab ich auch nochmal zur Not, damit ich nochmal zwei Stärke reinkrieg. So, wir weg hier. Wir haben keine Zeit. Wir brauchen hier 30 Minuten. Papa und Rinder. Wunderschön funktioniert bei mir. So, dann hier hast du schonmal eins im Pack wieder. Der verbraucht ja dafür keinen mehr. Ja, schön schleichen, Mock, ey. Ist richtig so. Ich will nicht. Ja, dann schleichen wir mal ran da. Naja, also, ich möchte nicht gleich wieder zum Mock an meiner Arschmacken haben hier. Okay, mich entdeckt er aber sofort. Ich hab kein Schleichen drin. Ich will nicht. Haha. Mal zwei und jetzt hat er mich aber gesehen. Jetzt gibt die. Oh Gott, ey. Ja, Alter. War so ein eigenes Weg. Äh. Ich war 45er jetzt. Die werden die Scheiße hauen hier. Also, ihr müsst uns schonmal auf EB konzentrieren wieder, ja. Also, ich nehm den Klumpfus da. Ah, ich laufe erstmal weg. Hallo, Wendigo. Knuddel. Aua. Ne, mich nicht knuddeln, ich nicht knuddeln. Na komm her, ja. Also, die kleinen Wendigos krieg ich One-Hit. Oh, 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 oh. So, den noch weg. Und jetzt wieder auf Earl. Ja, komm schon, Earl. Aua. Ach Gott, ey. Alter, der haut aber gut rein. Meine Rüstung ist Scheiße. Der Oma versucht den Nuppi jetzt auch. Nein. Aber komm, das schaffen wir, das schaffen wir. Weiter, kommt. Ja. Okay. Das war nicht, das war nicht. Der erste Game Over. Ach, Bitch. Gruppenkuscheln. Ja, hab ich gemerkt. Oh, nee. Jetzt macht der diesen Scheiß wieder hier. Nicht mich hauen, Mensch. Ich hau doch nicht dich. Ich hau den Wendigo daneben. Ich hab das ganze Zeit auch gesehen. Ich werd hier ständig angespuckt und alles. Aua. Step back, step back. Aua. Mensch, der lässt mich nicht ran. Der gibt mir immer nen Kick. Ja, das steht noch für die Keine drin. Oh, jetzt wird's schon wieder. Oh, nee. Oh, nee. Das macht der wunderbar. Ja. Aber ich bin bis jetzt sehr stolz. Ich bin noch nicht immer gestorben. Das ist ein schönes Fleisch drin. Du hast schon voll schade gemacht. Na ja, wie ist denn noch? Guck mal. Ja. Wir kriegen ihn noch zum Regenerieren. Wir haben ne halbe Stunde Zeit. Oh. Oh. Okay, das war instant tot. Ja. Das war... Na, das ist... Wir müssen den Donnersack da mal bespüren. Den Donnersack? Ja, okay. Den Donnersack. Nehmen wir runter. Au. Au, 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 au. Step back. Und tschüss. Hehehehe. Hehehehe. Hehehe. Hehehe. Lasst mich in Ruhe. Ich prügel euch die Kacke aus ihr Leib. Na. Hau ab. Aua. Der Pütz. Aua, Mensch. Ach, Spichero. Ich will mal vorne ran. Aua, 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 aua. Lebst noch? Ja. Hier. Auf den. Der Säure auf dem Boden, ey. Ja, Alter. Hehehe. Ich liege nicht, Breite. Hehehe. Hehehe. Ey, sind wir da nie überhaupt da? Aua, strahlend Schnägerei. Hehehe. 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 Jetzt wollen wir den Kolossus machen. Hehehe. Also macht man da überhaupt Schalen? Also kommt der Pütz? Was? Und dann... Achja, Bitz, ja. Hehehe. 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 Oder springen. Und dann gibts ihm voll was an die Fresse. Batz. 138er. Batz. Und dann haut er voll da hinten rein. Ja, ja. Hinter dir, Billy. Hinter dir! Ja, ja. Ich ging jetzt gerade mitzfest. Hehehe. Ja, aber hauptsächlich werd nochmal weggeschrien. Hehehe. Ja. Hehehe. Aber es geht. Man kann auch springen und dann gegen ihn fighten. Oha, mich hat er immer... Fittischen. Fittischen. Und tot. Hehehe. Ah, warte. Ja, ne, ne, ne. Hier. Hier. Und... Bitch, hau. Aua. Voll in die Klöten. Voll in die Klöten. Hoppala. Ja, na ja, geht er. Ertreten ist das Beste eigentlich an ihm. Oha. Doch, endlich. Scheiß Kolumb. Mann, die Wendigos, die Nerven. Ah. Hehehe. 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 Oh. Ohhh, jetzt steht er da mitten in der Mistpampe. Oh. 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 Nein, nicht durch die Pampe, zu spät. Aber das ist jetzt halt wohl noch ein Tücher, woher war. Ja, wir haben noch 19 Minuten und 20 Sekunden. Aber irgendwie kommt auch weniger Klee da rum. Bedeutscht. 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 Ja. Bedeutscht. Ja, wie klein wenn die guss, nerven die dicht. N Definierbar. Okay, wer sagte jetzt eben noch, wir haben wenig Wendy-Guss? Ich glaube, bei uns hier ist es total easy, war Junge? Ja, ja, ja! Wir machen mal hier. Stopp! Ich fand die Ecke, die wir hatten, war der ganz klauschig. Ich komme hier noch nicht mal mehr zum Wendy-Guckoloss. Ich bin auch frickelt! Ah! Alter! Und der spuckt doch noch auf mich! Geh mir doch nicht auf den Sack hier, ey! Ich bin ein Misfi! Scheiß Gollum! Das sind ein bisschen viele Gollums! Ja, ich wollte schon sagen, Gollum! Okay, ich wurde noch mal gerettet von irgendwas hier. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Das ist Gib! Geh weg! Geh weg! Ach, ne weiss es nicht! So, jetzt geh ich auch wieder an den großen hier! Geh weg! Stehm! 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 Moog Babe, pass mal auf, vom Gipsdeck, vom Gipsdeck. Ja, ja, ich komm gleich, ich komm gleich, komm gleich. Kommt wieder aufdrehen. Ja, warte. Du liebst das schon wieder. So, da sieht es bloß so aus. Da kommen jetzt viele Menge Golems. Ja, ja, wir hauen die Golems. Oh, jetzt schützt der Knie. Weg doch mal stehen, du. Nein. Ah, Mensch. Nee, hat er nicht gezählt, weil er mich weggetreten hat. Blöd, Mann. Ja, sie. Ich hab mich gerade gestimmt. Nur zu spät. Ah, da ist er schon wieder. Das ist ein Kacker. Scheiße, Gips. Eieieie. Oh, nein. Raus. Wenn du da umfällst, sag Bescheid. Mensch. Ach, jetzt sehe ich beide eine Granate geschmissen. Wollte auch nur einen schweren Angriff machen, aber das klappt auch irgendwie nicht. Doch, jetzt. Ah, ja, ich bin komplett Game Over. Aber eng, Bott. Oh, Gott. Ey, das Gift. Die Fässer an dir, das ist ja das Beschussene. Ach, hör auf. Ich war dabei die noch weg. Ich komm schon wieder. Äh, warte, Mockwee. Ich komm schon wieder. Äh, warte, Mockwee. Ach, da hinten. Gott. So, jetzt passiert ich was. Ja. Aua. Alles gut, okay. Ach, Mann. Ich will keine Granaten schmeißen. Ich will einen schweren Angriff machen. Weil die machen wir nächstens noch doppelt an Schaden. Äh. Aua. Ich bin deine Füße. Die stinken. Hau ich denn überhaupt hin? Hau ich denn überhaupt, oder hau ich denn mal hin? Gleich ein Angriff. Einfach ein Schaden, ja. Aua. Aua. Ah, ich schmeiß immer eine blöde Granate. Verdammt. Ich muss mal gucken. Habe ich noch eine ausgerüstet? Nee, jetzt sowieso nicht mehr. Jetzt kann es mir egal sein. Finde ich jetzt überhaupt noch? Wir wählen uns jetzt alle mal ein. Der hat doch schon einmal aus. Hey, ja. Ich bin schon, Eva. Ich bin schon, Eva, ey. Das ist nicht überhaupt, oder? Das ist nicht immer so. Er braucht mir rumzuholzen hier. Oh, nee. Nicht kippt, nicht kippt. Tschüss. Ja, ja. Ich bringe auch gleich Besuch mit. Ja, ja. Ich merke schon. Ich habe die Fäten geschubst. Alles. Die Wendigos keinen Schaden kriegen, wenn sie da durchlaufen. Ja, die bestehen aus der Brune. Äh, ja. Ah, ich würde auch töten. Ja, bin auch weg. Aber bis jetzt sieht es gut aus. Ja, ja. Das lustige finde ich gerade wäre, dass das Turb. Ja, wenn du hier kommst, dann schon, ja. Äh, das Turb bei mir diesen Power aus, oh, fuck, hat der. Und so mit die hohen Stelzen, die gerade weggeraten ist. Oh, fuck. Und darauf. Wo ist der Große? Ach, da hinten. Komm her. Oh, nee. Ich will da nicht. Schlaf doch. Alter. Mann. Ich bin hier wieder über den Gipf auf dem Boden. Ja, ey. Nicht dahin, Junge. Nicht dahin. Auch wenn. Ja, genau deswegen nicht dahin. Ja, ich habe jetzt schon 25 Sekunden. Yeah. Genau aus dem Fich, Wendigo. Willst du, Williams? Alter, wo ist schon wieder das... Ach, der hat das Gift oben wieder verteilt, Mann. Der soll es noch Boden machen, damit man es sehen kann. So. Na, kommst du, ey, ja. Äh. Okay, okay, ist es. Ich war lustig auf, weil ich nicht nur auf Vorratsgespräch stehe. Haia! Hey. Angesprungen. Aua. Ich glaube, dass der auf den Packen war. Äh. Ja, ja. Ja, ja. Wir halten ihn hier. Der ist auch schon ganz sehr färbige Tropfen, wie viel hier. Ja. Unfall, Unfall. Stöhrlich. Auch wenn du so öfter mitjünger hast. Immer in das Gift drin. Dein Gift. Boah, Alter, diese Wendigos. Wie das mal. Da ist jetzt kein Blocker drin. Jetzt komm her, du Miss Krippel. Meine. Er schlägt mich immer weg, dass ich es nicht zuschlagen kann. Wo, 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 wo. Ja. Swim back, swim back, swim back, swim back. Boah. Ah. Er hat das wenigstens immer aufgehört. Also jetzt Endspot, Jungs. Ja, also. Wenn ich jetzt nischt, ne. Aua. Fokus. Na ja, wir sehen uns in jener Minute wieder. Alter, wie die Röntgen los. Oh, fuck. Ach, da oben. Der hat das schon wieder Rufen verteilt. Ja, ja. Das Turb sieht bei mir am geilsten aus. Schäden, Spitzmund und der Baseballschläger. Wow, 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 wow. Ich hab so viele Leute am Arsch. Scheiße. Ich bin hier weg. Ich will das nie mehr. Ich will das. Ja. Alter, ist das ein Witz. Na klar. Aber ich glaube, ich werde das okay. Okay. Es ist ja noch mehr. Ich glaube, das Regenerieren hat denen nicht so gefallen. Na klar. Das ist ein Beckerkannterner-Syroni genommen. Ach, weg mich da. Ich werde mich jetzt gleich haben. Alter. Boah, ich bin super. Weg mit dir. Aua, aua, aua. Oh, aua. Äh, noch weh. Das dicke Schweinchen, die sie gerade hinbekommen hat. Ich komm. Da mach ich schon extra auf full live und dann flumpse ich hier immer falsch runter. Äh, böse, böse Wendigos. Ja, die laufen mir schon die ganze Zeit hinterher. Aua, aua, jetzt spuckt der oder bis hier. Was bringst du denn hier mit? Ja, ich bring den Großen mit. Du wolltest ja Schaden machen. Aua. Also okay, ich kann dir nicht mehr zu Hause kommen. Oh, diese Gift. Das ist so nerven. Na, komm schon. Oh, ich kann dir meine Fußgänger. Hau dir doch mal in eine Rinder. Kann doch nicht wahr sein, Alter. Solltest du die Fresse kaputt hauen. Wir sind schon alle auf Aggression. Ey, du trichst mich richtig auf, das scheiße Rinder. Ey, vor allem der Wendigo. Warum stirbt denn der nicht? Ach nee, nicht noch das Zeug. Oh, tot ist er. Ja, weil er 100.000 Heldpunkte hat. Ey, Gott, schon fahr. Wie, äh, ist tot? Feig, Gott, verpasst. Ne, ich dachte, du meinst den Grün da. Zwischen. Oh, komm doch mal raus da aus der Suppe, Junge. Ey, wo hast du da? Also, für was ich den... Hoppala. Oh, jetzt hab ich auch Willi geschlagen. Au, aua. Okay, Bumps und weg. Ich bin schon bei 24 Sekunden. Oh, warte, auf ey. Oh, wat? Ey, verpiss doch nicht. Was ist denn eigentlich nur in Ordnung? Fein. Stehenbleib. Stehenbleib. Verstecken. Gehen. Und ruhig. Böser, böser. Was meinst du? Alter Schwede. Ich bin schon bei. Ach, hör auf. Hallo. Also, manchmal frage ich mich echt, warum ich mich hier mit Drohnen verruppe. Alter, Alter. Wir wollen mal was schaden. Aua. Nicht auf den Bohrer. Nicht auf den Bohrer. Oh, nee. Oh, Mann, ey. Na ja. Ich gehe mal Puller-Pause. Wie lange hast du schon? Ich bin jetzt bei der Minute, Alter. Die komme ich schon. Oh, wei. Schlag doch zu, Alter. Und jetzt darf ich mich hier schön unter den Bohrer liegen verprachten. Ja, verliebt sie. Wacht, Junge. Komm, komm, step back. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Lass schreien, was du willst. Oh, jetzt kommt die Klei wieder. Oh, Gott. Okay, Kapparm ist jetzt auch im Eimer. Jetzt halte ich doch weniger aus. Zum Glück konnte ich wieder in den Steepack reindrücken. Ich gucke noch nie, weil es bei mir überhaupt noch über der Heile ist. Nein, 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 nein. Nicht Gifte von. Na, komm schon. Mach den Bendigo da weg. Damit wir wieder zum Großen gehen. Nee, ich meine den Kleinen, damit wir zum Großen kommen. Wir sind schon gleich fertig. Na, ich halte vor Ober. Ja, das will ich. Okay, mach den Müller an. Aua, foltert der Mähne. Ups. Meine Waffe ist immer aus. Nein, nicht mit der Päuste. Bleib weg. Oh, das du gerade erwähnt hast. Nee, meine Waffe ist nicht aus. Ja, toll. Meine Waffe ist auch gut. Also die Waffe überlebt den Kampf noch. Auch wenn ich es nicht tue. Oh, meine Gifte. Oh. Das wird, das wird. Stimmt. Nein. Nein. Ich muss mir echt die Super-Symbac-Symbac-Symbac auf der Kaste legen. Symbac, da sagst du was. Schnell. Bald, doch. Oh nein, es grunzt unter mir. Geht weg. Warte mal die. Geht doch zu den Blutbeflecken, diese scheiß Idioten. Ich bin noch nicht mehr Blutbeflecken hier. Ich selber nicht spiele schon nicht mehr Blutbeflecken. Ich bin noch morgwe. Ich bin noch morgwey. Ich bin noch morgwey. Ich bin noch morgwey. Na klar. Hau ab. Hältst du den Katten hier aus. Blöde Vieh, Alter. Ich werde langsam wirklich sauer. Ey, da wird ich ja so schlimm, dass ich... Hallo? Komm mal, hier. Piss dich. Mach dich kaputt, du. Breschenfehler. Ey, also selbst die Kleen sind jetzt schon stärker als mein Power. Also irgendwie ist hier nichts mehr mit Boden. Hinten habe ich so das Gefühl. Ja. Ich bin noch so kurz noch mal vorbeigekommen, um wieder wegzulaufen, Alter. Wollen wir uns nicht lieber schon mal aufs Drin-Fekten-Husen beschränken? Oh, jetzt fällt dir doch die Scheiße auf. Oh, nee. Oh, oh, oh. Aua. Oh, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ey. Okay, ich würde sagen, wir schaffen das nicht mehr. Machen wir es mal anders. So, perkt euch mal wieder um und benutzt mal andere Waffen. Ich bin eins, der jetzt so mit Baseballschläger out. Versuchen wir jetzt noch restlichen drei Minuten das viel runter zu kloppen. Ja, wenn ich hier mal zum Schießen komme, dann wäre tschüss. Also wer sich umparken kann oder umparken will, denn jetzt noch schnell, wie gesagt, die letzten drei Minuten. So, wenn wir ihn noch dauern. Okay, gut. Dann musst du halt auch weiter mit dem Baseballschläger. Ich habe auch nur sonst Granaten und so Käse. Weil das konnte ich nicht mehr in die Kiste. Da, wo es schön aufblitzt. Es ist Rüstung im Eimer. Das ist ja gut zu wissen, ne? Also ohne Pounds war ich gefühlt. Ich muss von mir ein Schnapper. Gut. Ich glaube, das war... Ist es noch gescheit? Ja, habe ich. Aber nochmal einmal hier durch die... Gedulde hier. Nimmst du den weg. Hoppala. Au. Oh, dass du überhaupt noch ein Heide bist. Ami, nur du 50 haben wir noch. Dann wäre es schwer hier ran. Äh, ja, ja. Okay, 47 Sekunden bin ich tot. Oh, ich bin immer sehr scheiße. Ich schreie übelst aufs Arschloch gerade. Ah, ist das herrlich. Sag mal Prozent an von ihm. Ich kann es gerade nicht sehen. Äh... Ungefähr. Äh... Zu viel. Also Lenzwert ist der Krottel. 60. 65. Der Fröter. Ja. Ja, na klar, rennen wir noch hin zu ihm. Ach, du Krottel. Entsteh. Oh, laufvolles. Aua. 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 Geh aus, wie ich. Willst du im Kolossus? Geh aus der Sonne, ey. Dann hören wir noch zu. Achso, okay. So, Willjens. Geh aus der Sonne. Mäh, schon wieder der Kräte regt. Das kann man natürlich wieder hier fliehen. Oh, oh, oh. Aber es ist schön, dass ich zu ihm lobe. Bleib hier. Bleib hier. Äh, wo ist er denn jetzt hin? Ist er denn teleportiert? Hä? Tele... Äh? 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 Worum hängt er denn jetzt an der Decke? Worum macht er denn jetzt? Ich komm nicht mehr ran! Ja, ich komm... Ich hab nur Baseballschläger. Mann! Du blöd Mann! Jetzt schon fehlgeschlagen! Nein! Wieso fliegt er denn da oben rum? Äh, weil er wahrscheinlich bei der sich raus teleportieren sollte. Äh. Ja. Das ist meine letzten Raketen! Auch wenn's dunkel wird! Äh, ich seh nicht so die Hand schwer. Ich bin hier im Wausporten gerade. Hahaha. Ohaah. Warte... Lass mich mal jetzt resümee... Äh... Äh... Ja, zieht euch lieber ne Strahlenschlippie aus. Ich bin der Meinung, wir fahr ne Scheißidee, Alter. Hahaha. 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 Ja, Strahlenschlippie komm ich doch nicht mal mehr rein, oder? Ja doch. Äh, du hast noch bisschen Zeit damit. Ja, ich krieg schon die ganze Zeit. Ja, ich krieg schon die ganze Zeit. Strahlungschaden. Komm, 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 komm. Nun mach... Ja, erst mal gemütlich rein und fall sogar noch mal. Hahaha. Das gibt es nicht. Das sah aus wie besonder, der nicht mehr zu fallen ist. Hahaha. Das gibt es nicht. Ja, also der Turtle ist mit 4.0 Hitschlau. Hahaha. Aber dafür spawst du jetzt ja gleich los. Oh, oh. Ja. Toll. Uiuiui. Hahaha. Oh Gott. Oh Mann ey. Das hat ja jetzt so gut hingehauen. So wo ist mein Schrott, hab ich... Naja, zum Glück war es ja nicht so viel. Also nochmal so ne schöne Idee habt, ich bin da wieder dabei. Hahaha. Hahaha. Die ist immer mit Mühe jetzt an, ja. Hahaha. Die können wir ein wenigstens schneller schwingen. Hahaha. Oh Gott. Oder was gibt es sonst noch für schöne Nahkampfer? D-Stock. Äh, jetzt warten die hier wohl noch, ey. Aua. Ja, komm. Hahaha. Die könnt ihr jetzt wegpotzen. Hahaha. Ansonsten mach ich 3.000 Schaden mit dem Ding. Ist doch nicht normal. Hahaha. Das Schlimme ist ja, dass ich da drinnen gefühlt bin, wenn ich gut schon dem Ding umgekriegt habe. Das war ja das Schlimme. Also mit starken Angriffen habe ich die One-Hit gekriegt. Aber wirklich nur mit starken Angriffen. Ansonsten hat das nicht geklappt. So. Aber war witzig. So. Dann mach... Anstrengend und witzig. Na klar. Von daher war es wie dein Humor so anscheinend. Ja. Es war herausfordernd. Ja. Ja. Aber nicht witzig. Warum nicht? Na klar. Das ist nicht witzig. Doch. Klar ist das witzig. Ach, darum stehst du also. Ja klar. Nur ein Ding. Gut. Oh ne. Dann würde ich sagen, war es das jetzt für die Blutadler. Wir verabschieden uns und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und nicht vergessen, ich hab kein Mikro. Kein Mikro. Oh weia ey. Gut. Schaltet wieder ein und bis denn.